So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und ich habe immer noch nicht meine Brille, deswegen gibt es weiterhin diese Infobrille, die total zerkratzt ist, wie ich sehe, zerkratzt und schmierig und oh mein Gott. Und die hat extrem falsche Werte, deswegen habe ich auch immer so Kopfschmerzen, aber die werden wir uns jetzt einfach mal aufsetzen und werden mal die nächsten News vorlesen, auch wenn die jetzt nicht mehr so aktuell sind. Trotzdem, der nächste Community Day ist angekündigt, der nächste Community Day, der nächste Community Day wäre ja eigentlich im April mit hier, wie heißt es, Veloursie, also dieses neue Pokémon, was übelst richtig brutal ist und man einfach dann direkt schon als Shiny kriegt in all seinen Formen. Ich glaube, es hat nur eine Weiterentwicklung, aber ihr braucht 400 Candies, das ist auf jeden Fall mega genial und jetzt ist aber noch ein zweiter Community Day für den April angekündigt und zwar ein Community Day Classic mit Hydropi. Es gab bisher einmal ein Community Day Classic mit Bisa Samen, wo sich viele Leute gefreut haben, dass sie da eben noch keinen Shiny Bisa Samen hatten, dass sie eben noch XL Bomber sammeln konnten, dass sie keine Ahnung, was sie da überhaupt gemacht haben. Und ich sag mal so, wenn es diesen zusätzlichen nicht gäbe, dann gäbe es halt nichts und es wäre so, jetzt gibt es diesen zusätzlich zu dem normalen. Und die Leute beschweren sich wieder mal und Daumen runter und so ein Scheiß, macht mal was Neues und wir haben einen komplett neuen C-Day mit Super Pokémon, Superbonus. Jetzt eben Classic für die Leute, die damals vielleicht Hydropi verpasst haben, die das Shiny noch nicht haben, denen noch XL Bonbons fehlen, denen noch ein gutes fehlt, denen alles mögliche. Und Hydropi ist einfach ein mega geniales Pokémon, hat ja auch da nochmal eine Mega-Entwicklung, also Sumpex zu Mega-Sumpex, genau wie Bisaflor zu Mega-Bisaflor. Wird es jetzt also immer Pokémon in einem Classic-C-Day geben, die auch eine Mega-Entwicklung haben? Es ist der zweite, bis jetzt ist die Trefferquote 100%, aber das ist wahrscheinlich nur Zufall. Ansonsten, gönnt euch Hydropi, baut euch eine 6er Sumpex-Armee auf mit, ich habe damals überall Aqua-Hobitze ignoriert, ich habe das einfach als Bodenangreifer genommen, gegen Heatran und alles andere. Habe sechsmal Sumpex gemaxed mit Lehmschelle und Erdbeben oder was und habe dann immer Heatran-Duo-Rates gemacht. Egal, jetzt könnt ihr wieder Aqua-Hobitze erlernen. Der Community-Day findet statt am Sonntag, den 10. April, schreibt euch das mal in den Kalender, Sonntag, 10. April von 14 bis 17 Uhr Ortszeit. Leider halt auch wieder diese Zeit, was mir halt eigentlich gar nicht passt, ihr wisst, Samstag, da habe ich ja eigentlich immer so bis 14 Uhr Zeit gehabt, bis 15 Uhr, nee bis 14 Uhr, dann mit Pupsi und allem hin und her. Jetzt, wenn das Samstag so 14 bis 17 Uhr ist, nimmt uns das den ganzen Tag weg, das ganze Wochenende, den ganzen Nachmittag. Sonntag habe ich ja dann immer so ab 15 Uhr das Muttertier geholt und wir haben dann noch was gemacht, so familiär. Jetzt ist das hier am Sonntag nicht von 11 bis, ne, wo man dann frühs drei Stunden einfach machen könnte und könnte danach noch gemütlich den Sonntag verbringen. Nein, auch hier, Sonntag, 14 bis 17 Uhr, finde ich leider nicht so cool, ansonsten halt drei Stunden, ganz gemütlich, wie ein City normalerweise ablaufen sollte. Äh, besonderes Pokémon, Hydropi, natürlich in der Wildnis, kann auch Shiny sein, natürlich ist ja Shiny drin, exklusive Attacke, also wieder Aquahobitze, daran hat sich nichts geändert. Es wird wieder eine Spezialforschung geben, die ihr für einen Dollar, einen US-Dollar oder einen Euro oder 99 Cent erwerben könnt. Die werde ich mir holen. Ich weiß bis jetzt so nicht, ob ich das streamen oder nicht streamen eigentlich müsste. Dann fehlt mir wieder die Zeit mit dem Muttertier oder das Muttertier muss danach kommen oder... Keine Ahnung, es ist... Ich weiß nicht, warum die jetzt gerade alles auf den Kopf stellen, das muss doch nicht sein. Lasst halt die sechs Stunden und die, die dann die ersten drei zocken wollen, zocken da und die, die dann halt tagsüber was machen und nachmittags, die zocken halt da. Das hat doch jetzt keinen gestört. Event-Boni, dreifache Menge Fang-EP für die, die noch ein bisschen leveln wollen. Drei Stunden Log-Module, drei Stunden Rauch. Also Rauch-Log-Module, so wie es eigentlich normal auch bei jedem Community-Day war. und besondere Schnappschüsse, wo dann wohl auch, also ihr eure Fotobombs pushen könnt und auch einfach Hydrobi rauskommt. Wirkt ein bisschen mau, erst mal so. Im ersten Moment hatte der Classic-Sea-Day mit dieser Samen nicht mehr zu bieten. Also das ist ja wirklich alles komplett auf das Standardmäßige beschränkt. Rauch-Module, fertig, Unhalt, ein einzelner Bonus. Nämlich Fang-EP. Ansonsten gibt es natürlich wieder Event-Boxen und eine kostenlose Box. Da gucke ich aber nie rein, die hole ich mir nie. Ihr könnt ja gucken, ob ihr die nehmen wollt oder nicht. Ja, ist wie gesagt trotzdem ein cooles Pokémon. Kann man mitnehmen für die Bonbons. Aber diese Uhrzeit passt mir eigentlich überhaupt gar nicht. Die Uhrzeit passt mir nicht. Ansonsten schön, dass es nochmal ein Classic-Sea-Day gibt. Mal gucken, was der nächste Classic-Sea-Day wäre von jemandem, das schon da wäre. Ich glaube, viele würden sich über einen Lavitar Classic-Sea-Day freuen. Was wäre euer Favorit für einen Classic-Sea-Day? Also einen, der schon mal da war, dass der nochmal wiederholt wird. Schreibt es mal in die Kommentare. Ansonsten schreibt rein, wie ihr den Hydro-P-Sea-Day findet. Habt ihr Bock? Braucht ihr das noch? Oder was ist euer Ziel? Und wie findet ihr die Zeit? Sonntag 14 bis 17 Uhr. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir können die News-Brille wieder abnehmen. Und ich würde sagen, wir sehen uns bei Raider Mittwoch und in der Raid Mania. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer... Wo geht's hier leiser? Euer Ramses.